So, Türchen 13, hier ist es und das machen wir jetzt mal auf. Von der Größe her könnte man meinen, dass das Silberwirbel sind oder Blitzknetterbälle in 9er Pack. Lass ich mich mal überraschen. 15 Silberwirbel von WECO. NEM 9g hergestellt von WECO Eithorff hier in Deutschland. Interessant ist, dass hier auf der Verpackung noch eine graue Lunte zu sehen ist. Die wird da wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sein. Ja, dann schauen wir mal wie diese sind. Bis gleich. So, erstmal einen einzelnen. Naja, das spiegelt aktuelle Ware ganz gut wieder. Und jetzt 4 Stück auf einmal. Na, der eine ging nicht an. Zünden wir den mal noch nach. Ja, der war doch ganz gut. Ja, doch gar nicht mal so schlecht. Also für aktuelle Ware doch ganz okay. Also für aktuelle Ware doch ganz okay. 2 Stück.